Es wird aus unseren eigenen Sachen. Wer sich bewährt, erlangt sein Hab und Gut zurück. Wer nicht, braucht es nicht mehr. Das sagt er einem Zwerg ins Gesicht, dem gerade seine Axt abgenommen wurde. Im Normalfall würde ich jetzt erwarten, dass der Zwerg diesen werten Herrn mit seinen bloßen Händen... Naja, du kannst dir ausmalen, was ich meine. Was macht ein Gladiator? Stilvoll kämpfen, stilvoll sterben. Ersteres Jahr, zweiteres Jahr. Ich muss dem einen oder anderen noch etwas beibringen. Wer weiß, vielleicht werdet ihr dann auch bald Ruhm ernten, wie unser tödlicher Waldmensch, Tarkate. Das ist unfair. Wir können jetzt lernen, aber haben nicht mehr genügend APs dafür. Tja. Tja, bringt dem Zwerg gezielten Schuss bei. Mit der Axt. In der Theorie, wenn er Wurfwaffen hoch genug geskillt haben hätte, müsste er doch in der Theorie seine eigene Axt auch schmeißen können. Äh, du wirfst für gewöhnlich nicht deine letzte Waffe weg. Naja, doch, wenn du dann noch zusätzlich Konsti hochgeskillt hast, dass er da direkt hinterher flitzen kann und sie wieder aufheben kann. Ich erinnere dich an den verdammten Schwertbogen. Das war was anderes und ein anderes System. Schade. Ja, niederwerfen wäre jetzt toll gewesen. Schildkampf 2 hätte er auch was gehabt. Ja. Aber dafür sind es leider die APs für. Ja. Aber du wirst ja vermutlich einen weichen Gladiator bleiben, von daher. Das ist durchaus anzunehmen. Rüstungsgewöhnung für die beiden auch interessant wäre. Naja, du wirst ihn ja kaum mal in wirklich schweren Rüstungen stecken als Fernkämpfer. Ja, stimmt auch wieder. Und die Lederrüstung und sowas haben ja eigentlich nicht... Du hast keine, wenn überhaupt, Behinderung. Ja, das Ding komplett. Null Behinderung. Oder wenn bestimmte andere Leute es programmieren würden, Minus 5. Ja, leider. Wow, wir haben hier echt tolle Ausrüstungen. Der helle Wahnsinn. Lernen lohnt sich nichts. Dann machen wir die ersten paar Kämpfe. Ja. Was jetzt? Ich muss Gladiatoren aus euch machen. Also nicht einfach. Besonders mit diesem Weichling. Also das verletzt. Stranzo wird euch ausrüsten. Danach färben wir den Sand rot. Nehmt diesen Gladiatorentrank. Nur wenn da draufsteht, made by Miraculix. Viel Glück. Ah, neue Opfer. Und wer bist du, mein Freund? Takate. Merkt euch den Namen. Ich bin der letzte Mann, den ihr seht. Du musst hier sehr beliebt sein. Liebe hilft dem Gladiator nicht zu überleben. Wie bist du Gladiator geworden? Ihr Weisheute habt mich gefangen. Ihr habt mich hergebracht. Ich habe eure Kämpfer getötet. Dann habe ich noch mehr Kämpfer getötet. Am Ende habe ich euren besten Kämpfer getötet. Dann war ich der beste Kämpfer. Alle Achtung. Wozu überleben, wenn man nicht liebt? Ich liebe die Sklavinnen, die sie mir nach einem Sieg bringen. Sklavin, ja? Nur der beste Kämpfer bekommt Sklavin. Ach so. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er damit angespornt wäre. Schön, dass wenigstens einer glücklich ist. LLM ist nichts. LLM ist Dreck. In Mengbilla werde ich kämpfen. Gegen die Asselkönigin. Ist das die Meistergladiatorin? Nein, eine Assel. Wir haben sie eingefangen. In den Höhlen unter Mengbilla. Ideal. Du sprachst ja vor einiger Zeit von einer Asselkönigin. Ja. Mein Ziel ist gegen die Asselkönigin. Wir sehen uns in der Arena, wenn ihr lange genug lebt. Genial. Raya mit euch, Gladiatorin. Ich bin Clarissia. Sucht ihr Entspannung und Erholung im Tempel der Liebesgöttin? Auftritt zu bereiten. Na und ab. Was denn? Gegen etwas Wein und Rosenwasser ist doch nichts einzuwenden. Ich denke nicht, dass wir momentan dazu die Mittel haben, oder? So ist 200 Dukaten. What the heck? Du achtest nicht so auf die Anzeigen oben, oder? Die hast du noch gekriegt. Ich habe die 100 AP gesehen, ja. Aber die 200 Dukaten sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber wir müssen uns ja erst noch ausrüsten. Ihr sollt Gladiatoren werden, arme Schweine. Sucht euch was aus, aber erwartet keine Meisterwerke. Gibt so elfischer Bogen. Wow, Wurschbär. Ist ja cool. Na toll, wir könnten uns wieder komplett neue zukaufen. Ja. Bock. Ach, ein Forstschild. Ja, dann zwei Kurzbögen. 1W6 plus 3. 2W6. Das ist aber eine Zweianwaffe. Oh. Das auch. Das Beil und den Schild. Und die Jagdpfeile. Ja, wir nehmen miteinander als nicht mit. Hilft dir nix. Oh, das sind noch 60 Jagdpfeile. Ein Kampfstab für unseren Magier. Ja, dann guck erst mal bei Rüstung. Und dann noch. Joa. Okay. Das Problem ist, das können wir uns nicht ansatzweise leisten, fürchte ich. Na ja, dann hat halt außer dem Zwerg keiner ne Rüstung scheiß drauf. Ja, aber die anderen kriegen doch auch auf die Fresse. Ja, ist doch egal. Aber der Zwerg hat ne Rüstung. Ja, so gut. Ein gleicher Tonpanzer. Bein, Länge, Länge, Handschuhe. Und Helm. Siehste? Hast du aber noch 50 über. Vielleicht könnten wir uns in der Theorie nochmal... Ja, aber ein Teil der Rüstung für einen Fernkämpfer ist so. Stimmt. Und Subaran, die einziehen, wäre selten dämlich. Mega. Das einzige, was noch schlimmer wäre, wäre ein Magierkragen. Ja. Christy Gender, die ist ein Gladiator an. Was? Apropos, wir haben schon eigentlich nicht mehr ins Questlook geguckt. Tja. Immer noch das Übliche. Mhm. Naja. Dann rüsten wir uns mal... Ähm. Wir haben ja in der Theorie unsere gute Aurelia noch gar nicht... Die wirst du dann wohl irgendwo mal zwischendurch vielleicht... Aufsammeln. Uns fehlen Schuhe! Ja. Gut. Gladiatorern tragen keine Schuhe. Offenbar. Nimm's mir nicht persönlich, aber der Zwerg sieht in der Rüstung scheiße aus. Der Helm ist das Problem. Ja, du hast recht. Der Helm ist das Problem. Wir hatten so einen schönen Rundbogen. Den kriegst du auch irgendwann wieder. Und das sind trotzdem 99. Du kannst die nicht vernünftig aufteilen. Ich weiß. Aber ich geb ihm lieber einen Pfeil mehr. Er schießt häufiger. Unsere Halb-Elfe muss schließlich buffen. Hey, wir können die Knüppel verkaufen. Kriegen wir da Geld rein. Herzlichen Glückstrumpf. Bringt uns auch nicht viel. Na, hoffen wir mal, dass das gut geht. Ja, und jetzt gehst du zum Raya-Tempel und spendest. Oder nach dem ersten Kampf. Gutes Umarzt. Raya mit euch, Gladiator. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Das ist dann vermutlich das Heilen. Möglich. Ihr seht doch ganz gesund aus. Ah. Bereit? Ja. Mehr können wir nicht machen. Eigentlich nicht. Mir gefällt mir auch schon viel besser. Ihr werdet nun je zu zweit gegen andere Gladiatoren-Neulinger antreten. Mir schwarnt Schreckliches. Die ersten beiden fetteln gegen einen Nahkämpfer und eine Bogenschützin. Die restlichen beiden gegen einen Zauberkundigen und die vielseitige Jezabella. Noch Fragen? Erzählt uns mehr über... Elgor und Livia Sabu. Elgor ist ein Nordländer. Er kämpft mit schweren Waffen. Er wird versuchen, euch von den Beinen zu holen. Zwerg. Er ist aber alles andere als Flink. Livia Sabu ist eine Maraskanerin. Falsch und feige wie alle Maraskaner. Traktiert ihre Gegner mit Pfeilen und versucht den Nahkampf zu vermeiden. Nia? Ich weiß, es ist eine blöde Kombination, den Zwerg mit der Halbelfe zusammenzustellen, aber... Nesro und Jezabella. Nesro, Kampfzauberer aus Betana. Hat die Zauberprüfung nicht bestanden. Aber das heißt nicht, dass er unfähig ist. Nur im Nahkampf taugt er gar nichts. Jezabella ist eins meiner vielversprechendsten Talente. Ausgebildet an der Kriegerschule von Mengbilla. Es heißt, sie hat ihren Mann erschlagen. Jetzt ist sie hier und erschlägt weitere Männer. Kämpft mit Schild und Hiebwaffe. Und das nicht zu schlecht. Oh Gott, wie stellt man denn da die Teams zusammen? Bestana ist ungünstig. Das sind so die Leute mit so Dämonen partieren und wurde geschwören. Ist es sinnvoll, Magier gegen Magier antreten zu lassen, oder... Du hast zwei Nahkämpfer. Das heißt, das Nicht-Nachkämpfer-Team sollte vermutlich den Magier kriegen, um den Nahkämpfer möglichst schnell wegzurotzen. Wir haben ja auch immer noch die Option, wir könnten Niam ja auch immer noch ein... am zweiten Set Speer geben. Problem ist halt, sie trägt keine Rüstung. Richtig. Dann solltest du ihr Souveran geben zum Heilen. Ratter, ratter, ratter. Wie machen wir... Ja, wie macht man es jetzt am besten? Wie stellen wir es jetzt am besten auf? Souveram und Niam. Gegen wen? Gegen den Magier und die Nahkämpferin. Äh... Das war alles. Viel Glück. Sucht euch was aus, aber erwartet keine Meisterwerke. Ja, wir sind... ...und verkloppt die Keulen. ...und verkloppt die Keulen. Verhält sich für den Öffnungsschlag, den Bogen und dann wird aufs zweite Set gewechselt. Ja. So, 경iked es. Ah-rah-ha. Gott » Schmink! roommate! Hör! Was. Bitch!